Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crash Tag Team Racing Part 15 Wir werden jetzt den Rest von Happy Ever Faster erkunden Das sollte man nicht zerstören, das kommt mal hier nicht drauf Wow, wow Was ist denn hier los? Geld, lass es los Äh, jede Menge Geld Geld, Geld, Geld Haben wir hier was gesehen? Hm, vielleicht doch nicht Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Menge Geld gekriegt Wow Und Was wolltest du mal? Ach ja, und jetzt Die ganzen Schalter Ah, jetzt sind die aktiv Gut Welchen habe ich jetzt aktiviert? Den Jetzt dich Was hast du aktiviert? Achso Das ist den Weg der frei gemacht Und was aktivierst du? Der schaltet da hinten Ein Fahrstuhl Mal gucken, ob ich da jetzt hin kann Oh, ja Wow Das war knapp Crash Crash Du solltest An einer ganz bestimmten Stelle Hinspringen Klass Ach, da ist es schon wieder Los Diesmal springst du richtig Nein Na Crash Du könntest auch mal Mir geräuschen Und sich da festhalten Wie du es hier immer tust Äh Hey Boah Timing verpasst Warten Toll Komm zurück Dat von Komm zurück Nein Ey Was ist denn das? Kamera Äh Wo bin ich hier? Kamera Du sollst dich weiter drehen Kamera Das spielt gerade verrückt Hilfe Die Kamera spielt verrückt Sie will sich nicht drehen Was soll das, Kamera? Kamera Ja Jetzt willst du dich wieder drehen Und da unten nicht Da hab ich doch was gesehen Crash Du solltest dich festhalten Wo bin ich hier? Danke Na Crash Du sollst dich nicht fallen lassen Klasse Crash Du hast es mal wieder versaut Und die Kameramann hat es auch Was er hat schuld Äh Komm mal rein Na toll Ich komm da nicht mehr hin So einfach Heißt den langen Weg Und jetzt ist er fast schon mal wieder Außer Reichweite Mal wieder Man will einfach mal wohin Und man kommt nicht hin Crash Crash Festhalten Crash Oh Oh Und dass die Kamera nicht da hinschwingen Wo es hin soll Ist auch nicht gerade hilfsam Besser sagt gerade Nützlich Crash Kein Doppelsprung Sofort machen Der Doppelsprung soll später kommen Ja Crash Du hast es geschafft Jetzt kann ich doch da hin Oho Sprung Parcours Hoffentlich fall ich nicht runter Sonst muss ich die ganzen Mist nochmal Wo jetzt? Ah Wow Crash Mach keinen Blödsinn Ja Endlich Äh Wie kommen wir ein bisschen zurück? Ach ja Ich nehm den Drachen Der mich ja einmal schon Wow Los Los Wow Und schon will ich wieder Hier Na toll War hier nicht ein Fahrstuhl? Wo? Oh da war gar kein Fahrstuhl Halt Das war gar kein Fahrstuhl Doch Hier Oh Das dauert zu lange Und So geht's einfacher Muss ich das Hey Wo willst du hin? Muss ich warten? Ja Wo ist dieses Teil jetzt? Ach so kommt man da ran Ja Ich bin drauf Hm Wo kann man von hier Da hin Ja Jetzt haben wir hier fast alles Oh Was sehe ich denn da? Eine riesige Eine riesige Frucht Aus dem Weg Oh nein Da geht's ja hin Verdammt Ich bin genau da hingegangen Wo Das hingeht Hm Eine Abkürzung Ja Hä Jetzt können wir runter Und Was? Was macht die Frucht da? Ja Pinguin Also Nächsten Part Gehen wir jetzt hier lang Und Das war Let's Play Crash Tag Team Racing Part 15 Von Alpha Gamma Als 9-0-0 Und Bis zum nächsten Part